Und zwar Leute werde ich bald schon Facecam machen Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde QSG auf meinem Kanal Und ja Leute heute mal ein wichtiges Thema am Start Was wirklich viele interessiert Denn es geht um das Thema Facecam Und zwar Leute fragen immer noch viele unter den Kommentaren Und generell einfach Wann ich endlich mal Facecam mache Und da ich die Frage einfach gerne mal beantworten würde Habe ich mir gedacht ich beantworte die Frage jetzt einfach mal Zwar Leute werde ich bald schon Facecam machen Ein bis zwei Monaten Dann werde ich vielleicht Facecam machen Es ist nicht zu 100% sicher ob ich Facecam mache Denn Facecam ist halt schon so ein Schritt Den man auf YouTube erst wagen sollte Wenn man sich 100% sicher ist Das bin ich mir eben noch nicht Ob ich das machen will Deshalb müsst ihr mich auch verstehen Dass ich nicht unbedingt jetzt Einfach so ein direktes Facecam Video raushauen will Und so einfach ist das nicht Dann ist das wirklich schon so eine Überwindung Einfach so Facecam zu machen Auf einmal Und ich hoffe einfach das könnt ihr verstehen Deshalb Müsst ihr ja noch ein bisschen gedulden für Facecam Aber ich hoffe dass ich es machen werde Und der ist low Entholen wir Jawohl Ich merke auch gerade im Moment dass die Community ein bisschen inaktiver wird von mir Was wahrscheinlich daran liegen kann dass ich meine Videos in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Ja unregelmäßig hochgeladen habe und generell einfach inaktiv war Und halt mein Content nicht der allerbeste war Da ich irgendwie nur QSG gebracht habe und das eigentlich Ja dass der QSG Hype eigentlich vorbei ist Und man eigentlich den QSG mehr bringen sollte Wenn man wirklich im Hype bleiben will Außer man macht ein bisschen Clickbait Was ich halt nicht mache Hallo Leute und willkommen zur zweiten Runde So das am Ende war gerade ein bisschen fail in der ersten Runde Deshalb gehe ich jetzt ein bisschen mehr aufs Gamble ein Weil die erste Runde jetzt nicht so intens war Aber dafür wie ich das Thema halt gut angesprochen habe Deshalb werde ich die Runde einfach so zusammen cutten Damit es so ein bisschen passt So und den da Kommen wir vielleicht Oder auch nicht Obwohl die jetzt kommen Dürfte low sein Und der lag Jedenfalls Leute probiere ich jetzt in Zukunft Ein bisschen mehr mit anderen Leuten aufzunehmen Könnt ihr gerne mal so in die Kommentare schreiben Ob euch das gefällt Weil ich würde es echt gerne immer machen Nur irgendwie mag ich das einfach nicht so Deshalb ja Müsst ihr das einfach verstehen Aber ich probiere jetzt wirklich in Zukunft Ein bisschen mehr mit anderen Leuten aufzunehmen Weil es ist halt Wirklich einfach lustig Wenn man zu zweit einfach Video macht So ich muss da ein bisschen reinwirken gegen den Aber wir komponieren echt komplett Und wir haben ein nice holen hoffentlich Er kommt nochmal raus Aber jetzt So jetzt haben wir ein nice city So Leute dann würde ich sagen Wenn euch die Runde cool ist gefallen hat Dann würde ich mich über ein like freuen Dann Leute ciao bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal